Es gehts hier mit Feuerwehrhelmen. Start Nummer 106, hat sich hier schön recht gemacht mit Feuerwehrhelmen. Und jetzt hier ein kleiner, ja, die 180 überlegt sich noch, wenn er hier bitte an den Renneskeilen lehnen möchte, aber er ist hart im Raum der Geschwindigkeit. Bewegt er sich vom Richter, sobald er aber unsere Augen sind jetzt vorne hier bei unserem Erstplatzion, oder der hier als erster vorne das Feld anführt. Feuerwehrmann ist zwar nicht der Schnellste, aber der ist die Menge, sie greift sie nach vorne und hier sind sie. Aber ja, die Schnellste halten, das ist doch immer hier, wo der Stadler ist. Die 107 gewinnt das Rennen, aber nochmal besonderen Applaus für unseren Starten mit diesem wunderschönen Blauen.